Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Und das ist mein Kanal. Heute befinde ich mich in einem verlassenen Gelände im Kreis Nordsachsen in Taura. Eins vor vielen Jahren war das Gelände nur aus Schutt und jetzt wird es eine neue Siedlung. Hier soll ein Kindergarten, eine Schule und ein paar Häuser entstehen. Die Gude, alte Parake, der Eierbude. Ja, die Eierbude, direkt in Taura. 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 Untertitelung des ZDF, 2020